Wir sind nicht das Risiko eingegangen, den Zünder zu identifizieren. Wir haben uns auf 4,50 Meter an die Bombe angenähert. Dort hat uns der Kopf der Bombe angeguckt. Die stand senkrecht im Boden drin. Und dieser Zünder, der für uns gefährlich werden kann, ist im Heck dieser Bombe. Wir hätten also noch mal knapp über 1,20 Meter an der Bombe vorbeigraben müssen, um festzustellen, ob dieser Langzeitzünder drin ist. Während dieses Grabens läuft man Gefahr, die Bombe zu bewegen. Und eine Selbstdetonation herbeizuführen. Und dieses Risiko sind wir pauschal nicht eingegangen, sondern haben uns entschlossen für eine kontrollierte Sprengung. In dieser Art und Weise, dass wir die Bombe überhaupt nicht bewegt haben, die sich auch nicht bewegen konnte, weil die so fest im Mergelboden drin war, konnten wir auch ohne weiteres noch die Zeit aufbringen, Deckungsmaßnahmen aufzubringen, dass hier rundherum nicht so viele Splitter fliegen und hier auch das naheliegende Gehöft nicht betroffen wird. Und da wird es gefährlich, wenn wir die Bombe verlagern oder erschüttern.